Wir hatten einen fulminanten Start heute Morgen kann ich sagen. Ich bin aus Zürich kommen direkt an die Messe gekommen und habe die Kollegen schon in tiefste Gespräche involviert vorgefunden. Direkt in medias race innerhalb der ersten zwei Stunden den ersten Auftrag unterschrieben. Das war Rekord, glaube ich, für Bus und es wird hoffentlich so weitergehen. Wir sehen das Interesse der Kunden des Marktes ist enorm. Auch wieder wie jedes Mal das internationale Publikum, was wirklich inspiriert. Also ich schaue auf die nächsten Tage mit großer Erwartung, großer Begeisterung auf und was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist unser Stand. Der ist dieses Jahr formidabel schön und ich glaube auch das ganze Team spürt diese Begeisterung und auch die Motivation, die daraus hervorgeht. Wir zeigen an dieser K-Messe 2019 eine Compeo 110. Auch das ist für uns eine sehr große Maschine, um sie an einer Messe zu zeigen, aber wir wollen hiermit ganz klar auch beweisen und den Kunden zeigen, dass wir in der Lage sind solche Maschinen zu bauen. Die Compeo Baurei insbesondere mit allen ihren Neuigkeiten und Innovationen und insofern hat sich der Aufwand gelohnt.